Albert Camus, Tagebuch, 28. April 1959 Jahrelang wollte ich der Allgemeinen moralgemäß leben. Ich habe mich bemüht, wie alle Leute zu leben, allen Leuten zu gleichen. Ich habe gesagt, was nötig war, um zu vereinen, auch wenn ich mich getrennt fühlte. Und das Ergebnis war die Katastrophe. Jetzt irre ich durch die Trümmer. Ich habe kein Gesetz, ich bin zerrissen, allein und bereit, es zu sein. Ich finde mich mit meiner Besonderheit und meinen Unzulänglichkeiten ab. Und ich muss eine neue Wahrheit aufbauen, nachdem ich mein Leben lang in einer Art Lüge gelebt habe. Ich glaube, wir sind jetzt auch mit der Schmerzler Welt.